Kapitel 7 Eine spritzige Überraschung und wie es dazu kam, dass Lily Evans in ihren Ferien an James Potter denken musste. Der spanische Prophet berichtet. Am frühen Sonntagmorgen ist es der spanischen Aurorenzentrale in Sevilla gelungen, den Missetäter dingfest zu machen, der seit geraumer Zeit sein Unwesen mit unschuldigen Muggeln treibt. Alfonso Cuarón, ein Unruhestifter, wie er im Buch steht, kann in mindestens sieben Fällen nachgewiesen werden, dass er rücksichtslos auf Leben und Gesundheit der Muggel verschiedene gefährliche Situationen provoziert hat. Cuarón äußerte sich dazu gegenüber unserem Reporter. Das war alles ganz harmlos. Das Ministerium hat keinen Sinn für Humor. Das waren doch nur Experimente. Einem betagten Ehepaar musste das Gedächtnis modifiziert werden, nachdem sie im hiesigen Krankenhaus behandelt werden mussten. Beide hatte es erwischt, als die Toilette mit einem lauten Knall plötzlich explodiert war. Einer von Cuarons liebsten Scherzen. Glück im Unglück kann man es nennen, dass dem Ehepaar nichts mehr passiert ist als einige Schrammen und blaue Flecken. Sie sind mit einem Schrecken davongekommen, da der Zauber zu spät in die Luft ging. Die drei anderen explodierenden Toiletten hatten bereits vorher großen Schaden angerichtet. Wollen wir hoffen, dass unser Witzbold auch herzlich über sich selbst lachen kann, wenn der spanische Zauberger Mott ihn verurteilt. Carlos Péridista, Auslandsreporter des Tagespropheten James grinste, als er den Artikel durchgelesen hatte, der auf der Rückseite einer weißen Karte klebte. Er hatte Lillys Handschrift sofort erkannt. Immer noch fassungslos, dass sie ihm tatsächlich eine Karte aus dem Urlaub geschickt hatte, waren seine Augen begierig über ihre Worte geflogen. Damit du mal siehst, wie man in anderen Ländern mit solchen wie dir und Black umgeht, liebe Grüße aus dem Urlaub, Lillie. Dann hatte er neugierig darauf, was sie meinte, die Karte umgedreht und war auf diesen Artikel gestoßen. Er lachte leise auf. Sie erinnerte sich tatsächlich an seinen Scherz, den er Ende Mai während ihrer Zaubertranknachsitzstunde gemacht hatte. Und sie hatte auch an ihn gedacht in den Ferien und ihm eine Karte geschickt. Sie konnte also gar nicht mehr sauer auf ihn sein, wegen dieser Aubrey-Geschichte. Und jetzt lachte er richtig. Sie hatte richtig Humor. Er liebte dieses Mädchen. Wie sollte es auch anders sein? Tatze! rief er über die Schulter. Er musste seinem besten Freund schleunigst diese Karte zeigen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!